Die Aliens! Ähm, was ich sagen wollte, ich nehme die Waffe hier auch, äh, weil die Koreaner immer Munition da fliegen. Och, alter, Psycho-Alf, freck mich nicht so. Ich dachte jetzt echt, du wirst ein Koreaner. Oh, Munition voll, was ist los? Dass ich sowas mal lese im Let's Play Munition voll, hab ich nicht gedacht. Hätt ich nicht gedacht. Guck mal, hier gibt's Bananen. Ich will ne Banane. Huch! Oh, da geht gleich das ganze Regal kaputt, wenn ich mir ne Banane nehmen will. Ja, ich komm halt aus dem Osten und... Ja. Bei uns gibt's sowas nicht, die nehm ich jetzt mit, die Banane. Und schmeiß die auf irgendeinen Gegner. Ich hab eine Banane. Da freu ich mich jetzt ein bisschen. Ach hier, halt. Ist jetzt da klatscht. Ich würd gern mal wissen, ob man die auch auf Gegend schmeißen kann, diese Bananen. Ganz langsam, Jungs. Hier wimmelt es von Scharfschützen und Patrouillen. Ich werde jetzt deinen Treffpunkt sicher. Wir bleiben in Kontakt. Nomad, ich suche mir eine erhöhte Position. Melde dich, wenn du im Dorf bist. Huch. Ist das hier irgendwo? Ich würde mich vielleicht verstecken sollen. Oh, naja. So, hatten wir ein bisschen Action. Wir haben sie auch schnell rumgemacht. Ah, ins Fahrzeug steigen will ich jetzt eigentlich nicht. Aber ich bleib jetzt trotzdem mal hier in Deckung. Bisschen abseits von der Straße. Müssen wir mich nicht sofort sehen. Ich muss doch sagen, ich bin immer noch ein bisschen müde. Ich bin erst sehr spät ins Bett. Und, äh, dank... ...meinem tollen Nachbarn... ...konnte ich auch nicht wirklich lange schlafen. Hab aber gedacht, jetzt machst du noch mal eine Crisis-Aufnahme. Weil ihr kennt mich ja. Ich nehm immer ganz gerne auf Vorrat auf. Und ich würde wieder gerne an den Punkt kommen. Wo ich schon... ...den einen Tag war, nach meiner zweieinhalb Stunden Aufnahme. Das wäre schon toll. Wäre ich wieder ein bisschen up-to-date. So, ich laufe jetzt weiterhin hier oben lang. Die Straße lang zu laufen, ist mir nicht geheuer. Gut, dass ich den auf dem Radar gesehen habe. Warte mal, du warst doch der... Genau, du warst doch derjenige Welcher mit dem Scharfschützengewehr. Das nehm ich jetzt mal mit. Muss ich zwar meine eigene Waffe fallen lassen. Aber... ...es lohnt sich. Ach, scheiße. ...es lohnt sich. Ey! Keine Gnade! Gut, dann werde ich das zu beherzigen. Keine Gnade. Ich muss ein bisschen heran. Huch, der hat ja ne Schrotflinde. Nein! Der hat... Ach, auch ne Schrotflinde. Mensch, Leute! Ich seh' dich! Mal gucken, der lehnt sich hier ein bisschen gegen den Baum. Oder Baumstamm. Macht auch ein ganz fröhliches Gesicht. Also, er lächelt. Find ich gut. Los doch! Oh, 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 oh. Wo? Eine Schrotflinde? Das ist aber gar nicht schlau. Von so weit weg. Mit der Schrotflinde. Also, sch-sch-sch-sch-schießen. Und noch einer. Tatsache. Ach, da, wo denn? Ach, da bist du! So, der ist auch weg. Einer fehlt noch. Alter, wie viele sind denn das? Oh, ich muss mal eben hier weg. Ach, fuck, ey. Ach. Scheiße. Ja, ja, ihr mich auch. Ich hätt' mir vielleicht, äh, Entdeckungen begeben sollen. Ich hab' ihn verlor'n! Ich seh' gegnern! Blau gewesen. Weil den Wohse auf einmal alle standen. War schon ein bisschen krass. Schleiche mich mal so ein bisschen losgestrippt hier. Hier ist eine Straße. Dorf. Okay. 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 Was ist da? Hä? Ach, da hab ich's. Oh, wie viele denn? Alter, das ist ja nicht normal. Wie viele da auf einmal auf einen Zuckerrand kommen. Ich hab' ja noch den Schnellspeichernknopf, Mensch, den hab' ich ja total vergessen. So. Wie viele denn? Das Feuer! Wie viel? Du, da, klar! Das Feuer! Ich verstehe dich so nischt, Kerl! Die Feuer! Wer denn? Das Feuer! Man schlagt! Ich verstehe dich so nischt, Kerl! Wie viele denn? Letzt? Ja. Ja. Wo? Nein. Na, kommt runter. Oh, jetzt kommt der falsche Weg runter. Ja, ja. Ihr versteckt euch doch auch jetzt, Säcke. So, noch jemand? Zwei sind da noch. Zieht er sich jetzt zurück? Find ich nicht gut. Schrotflinde, die haben alle Schrotflinden. Das ist doch bescheuert. Das ist doch doof. Ach, da ist er ja. Und so schnell geht die volle Munition wieder flöten. Sind wir jetzt fertig, ja? Hm, dachte, da liegt noch einer. So, vielleicht war es ja doch nicht ganz so schlau, dass wir uns da oben herumschleichen. Weil man muss ja bedenken, die haben ja auch diesen Vorteil, dass sie sich verstecken können. Aber gut. Wir sind ja durch. Ganz der Dank. Was ist denn jetzt lang? Glaub? Wir müssen da oben lang. Ich glaube, wir müssen da oben lang. Nur so eine Vermutung. Meinerseits. Munition nehme ich natürlich mit. Sie nähern sich einer Radarstation der KVA. Finden Sie ein Terminal und greifen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Jo. Mach mal. Jetzt kriegen wir doch alles hin. Kanada. Habe ich wirklich alles schon erledigt? Kommen die jetzt alle hier runtergerannt von doofen Lager? Kein Wunder, dass es viele waren. Ja. Ich möchte gerne in das Haus herein. Sieht düster aus. Ich finde hier nichts. X von Interesse. Ich glaube, den habe ich erwischt. Was? Ich habe was gesehen. 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 Ja ja. Du mich auch. Kann sein, dass wir nicht wissen, wo ich bin. Dann sind sie aber schön demnach. Guck mal, den. Die Kack-Granaten, ey. Ich kurz weg.